herzlich willkommen zu geistreich paranormal erforscher chris und ghost hunter explorer team mitglied sonja nehmen euch mit auf eine reise in die welt des paranormalen authentisch und geistreich hallo und herzlich willkommen zu geistreich dem geisterjäger talk schön dass ihr wieder mit dabei seid wieder mit am start ist die sonja und der chris wir machen das ja immer so ne wir wechseln uns ja immer mit einem thema ab als letztes mal war die sonja dran mit der besessenheit ich würde sagen mit ihrer besessenheit und das sollte aber unter uns bleiben chris ist auch immer so wechselnde augenfarben genau spannendes thema ich das auch mal gut aber heute bin ich mit einem thema dran und heute werde ich mal sehr weit ausschweifen und etwas anpacken was im ersten moment vielleicht etwas sehr verwunderlich ist allerdings doch irgendwo im kern auch gerade uns als paranormaler forscher oder als ghost hunter geisteriger wie auch immer mal uns betiteln möchte betrifft und das geht natürlich auch sehr in viele aspekte mit rein mit leuten die sich über paranormales allgemein beschäftigen dann gibt es ja die die leute die sich mit mythen beschäftigen mit außerirdischen und so weiter und zwar würde ich heute ein thema anpacken klingt jetzt erst mal ein bisschen trocken und zwar historischer kontext ja im allgemeinen okay in wirklich nahezu allen möglichen bereichen weil ich das einfach hat mir wirklich sehr sehr stark aufgefallen dass historische kontexte oft fehl interpretiert werden missverstanden werden oder auch fehl gedeutet werden beziehungsweise gut gedeutet und interpretiert ist in diesem Sinne das gleiche aber ich glaube das bekannteste beispiel das aller aller bekannteste was auch dich selbst mit betrifft sonja kommst du drauf die waldlust genau mensch woher weißt du das klasse echt klasse ist auch nicht geraten macht das jetzt so eindeutig ja auf jeden fall ist es halt wirklich ein sehr gutes thema wo es zwar um jüngere geschichte geht um sehr junge geschichte eigentlich ja aber in dem sinne halt wirklich auch wo der historische kontext komplett falsch durcheinander gebracht wird ja und das schlimmste ist hat wirklich auch so massenhaft medial im internet verbreitet wird und ja generell die komplette falsch darstellung stattfindet bis zum heutigen tag schreibt jeder falsch beim anderen ab das ist wirklich unfassbar ja ja ich meine klar die erfunden geschichte ist besser als die originale muss man einfach so sagen logisch dann originalen geschichte gibt es weniger morde und ja das ist halt wirklich so ein thema was ich hat was mir persönlich als jemand der sich sehr stark mit der geschichte befasst ja was hat wirklich ein kernproblem ist meiner meinung nach absolut ja es ist es betrifft alle möglichen bereiche gerade was jetzt ghost hunting angeht wir gehen zum beispiel auf burgen was für vorstellungen haben wir von burgen und so weiter von den leuten die damals gelebt haben weil letztlich wollen wir die ja auch ansprechen und ja wenn wir jetzt mit einem komplett falschen bild da reingehen und die komplett falschen fragen stellen das wirft uns eigentlich an sich komplett zurück und wir können eigentlich an sich gesehen nicht mit vernünftigen antworten irgendwo rechnen also wenn ich jetzt da dahin gehe und mir vorstelle dass da die verträgten leute aus dem mittelalter vor mir sitzen ist klar da werde ich natürlich als mensch aus dem mittelalter der seine eigene badekultur und sonst was genossen hat etwas beleidigt muss ich ehrlich zugeben also es ist halt immer so was für ein bild hat man im kopf von einer gewissen zeit und wo kommt dieses bild auch her vor allem und das ist halt manchmal sehr problematisch meiner meinung nach ja vor allem heute weil einfach die erste informationsquelle ist nun mal das internet und wenn man da nicht aufpasst dann ist man halt einfach ruckzuck auf irgendwelchen seiten die alles tun aber nicht informieren richtig und das ist echt schwierig ja gut man muss ja nicht mal so weit gehen wie das internet das reicht ja schon wenn ich das zdf anschaue und mir dann terra x folge angucke also was dafür eine desinformation und falsch information verbreitet also was da gestreut wird das ist das ist gruselig und das von etwas was ein bildungsauftrag hat also da muss ich einfach als jemand der wirklich genau auf die fakten lagen schaut da muss ich die hände über den kopf zusammenschlagen das ist halt jetzt aber auch nicht das ist echt so ja okay also das ja also terra x das ist ein thema ich bin kein 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 regelmäßiger oder so sondern kenne bestenfalls zwei folgen und das ist die über die tempelritter und ich glaube dann habe ich mal noch irgendwann da irgendwas über die machu picchu oder sowas gesehen ja ja so was dürfte noch noch halbwegs okay sein gut erkenne ich mich wiederum nicht so aus aber gerade wenn es um europäische geschichte geht dann okay bin ich eigentlich regelmäßig am ausrasten wenn ich da an der folge sehe ja aber das ist halt immer das problem ich die falsch aussagen werden wirklich millionenfach geschaut und richtig stellungen wenn man glück hat ein paar tausende das heißt natürlich die die richtig stellungen sind in der bevölkerung generell weil die möchten es natürlich auch irgendwo ein bisschen bequem geliefert haben da ist natürlich das fernsehen auch unter anderem mit dass der beste anlaufpunkt vor allem gerade jetzt in dem in dem aufkommen dieser dieser ganzen spektakulär serien wie vikings und so weiter wo sich auch ein terra x team sehr stark danach orientiert mittlerweile was nach nach solchen serien ja es muss halt spektakulär aussehen russikal aussehen barbarisch und sonst was ich war ja selbst schon bei einigen produktionen mit dabei also jetzt einerseits auch von terra x war ich auch schon mit dabei allerdings auch von anderen formaten des öffentlich rechtlichen und es ist manchmal sehr sehr schwierig gegenüber den kostümleuten anzukommen weil die hat wirklich komplett ja also die 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 kostümvorstellung die die haben das ist halt einfach fern von gut und böse ganz ehrlich wahnsinn okay und ja also das sind halt wirklich so diese diese punkte die natürlich auch für viel fehlinterpretation viel fehlwissen sorgt und das wird natürlich dass das ist natürlich ein rattenschwanz das wird dann wiederum auch dann im internet immer weiter getreten und irgendwann kommt man nicht mehr wirklich an zuverlässige informationen ran ich meine wir beide können ja von weit lust ein lied singen oh ja mehrere ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt also wenn jetzt einer sagt okay wo kriege ich jetzt die informationen her na also gut wir kennen das buch von der igbp ja ganz gut aufschlussreich gibt aufschlussreich ist aber sonst wird schwierig sonst wird es echt dünn wenn ich jetzt sage okay wenn da jetzt einer eine quelle haben möchte kann ich eigentlich nur dieses buch nennen ja also zumindest was die spuk spuk hintergründe angeht aber auch geschichtlich ist es in gleich eins von der igpp eben herausgegeben vom institut für grenzwissenschaften psychologie und psychohygiene ansonsten gibt es da tatsächlich herzlich wenig also natürlich die homepage von der waldlust keine frage da kann man sich natürlich auch an informationen entsprechend satt sehen aber das problem jetzt in diesem kontext ist halt dass der verein der die waldlust betreut da so ein bisschen ambivalent dem ganzen thema gegenüber steht und gerne einfach selber diese völlig falschen reißerischen artikel über den vermeintlichen mord an adele b reproduziert auf allen social media plattformen genau und für alle die jetzt keine chance genau für alle die jetzt nicht wissen worum es jetzt hier genau geht da klären wir auch gerne noch mal auf und zwar auf den internet plattformen die ja seit 2010 war es glaube ich also sagen wir seit 2000 das gibt eigentlich keine quelle vor 2000 im internet die sozusagen diese geschichte aufgreift von der adele b und die soll halt sozusagen ermordet worden sein im jahre 49 ich glaube da da gibt es gab es glaube ich zwei geschichten mit der ermordung einmal auf der treppe soweit ich das weiß und war nicht noch eine die muss ja im bett irgendwie ermordet werden sollte oje also ganz ehrlich gesagt wüsste ich jetzt gar nicht um die umstände ja ich habe das immer so weit abgetan weil es ja irgendwo nicht wahr ist aber ich glaube da gibt es zwei varianten tatsächlich auch noch okay ja gut wie das halt so passiert also legenden entwickeln sich ja weiter richtig und da muss man halt wirklich sagen bei diesem hotel weit lust da gab es diese adele b in dem format nicht mehr nicht mit dem namen weil diese dieser name ist ein synonym für die eigentliche besitzerin gewesen genau und dieses synonym kommt von der igbp so ist es die haben halt eben damals den fall untersucht und haben einen bericht darüber geschrieben und veröffentlicht in eben n gleich eins so heißt das buch und haben dort natürlich die namen aller personen die in diesem fall involviert waren anonymisiert und da wurde eben aus der historischen und der historisch belegbaren person emilie lutz wurde kurzerhand adele b und wie es halt so ist ne ohne genaue quellenangabe irgendwann ich glaube travel book waren so ziemlich die ersten die das würde ich auch gestreut haben die haben natürlich so reflektiert wie sie auch sind haben sie natürlich das adele b übernommen als besitzerin von wohlgemerkt dem lutz hotel ne das b und das l das passt wunderbar zusammen das war glaube ich das allererste was mich da überhaupt gestört hat an dieser adele b das war halt wirklich ja eine eine der der sachen die hat wirklich dann so die die kernproblematik schon mit heraufbeschworen haben sag ich mal ja und ich habe kürzlich jetzt erst letzte woche vorletzte woche habe ich mit gerhard meyer das ist eben damals der untersuchungsleiter der ist das igpp gewesen gesprochen und das igpp und der herr meyer sind heute noch völlig verwundert darüber dass diese diese völlige leistung bis zum heutigen tage immer noch weiter reproduziert wird ja ohne dass sich irgendjemand die mühe macht und da mal genauer nachfragt ja das ist halt ist aber auch irgendwie wenn du wenn du für solche ist so ein gerücht dann schon der verantwortliche bist sozusagen ja ja das war ihm direkt unangenehm aber ja was soll er machen ja also ich meine ja gut aber adele b reicht ja natürlich nicht natürlich musste muss er auch noch spektakulär ermordet worden sein mhm ähm was ja so an sich auch nicht der fall ist na wir wissen dass sie eines natürlichen totes gestorben ist und nicht in der waldlust mhm genau das außerdem dass die originalperson emilie lutz ähm sozusagen in der waldlust vielleicht herumspukt ne dann geht überhaupt nichts ähm ist überhaupt nichts gegen einzuwenden mhm aber auch gar nicht das thema jetzt an dieser stelle ne nicht wirklich nein das thema ist einfach wie schnell aus einem historischen tatsachen bericht eine völlig freie interpretation ohne jeden hintergrund und ohne fuß und irgendwas wird also das das finde ich einfach daran so erstaunlich genau außerdem ähm geht es dann ja geht es ja noch weiter mit waldlust ne ich meine was jetzt wenn wir schon beim historischen kontext in den mixer werfen sind mhm ähm da habe ich auch schon internetberichte gesehen na das ja 49 da in der waldlust ein lazarett war mhm wo ich mir gesagt habe okay lazarett militärische nutzung ähm welcher krieg war noch mal 49 also ein lazarett war es tatsächlich liegen das war ein lazarett in der waldlust äh zu den endtagen des zweiten weltkriegs und nachher sollte dort ein krankenhaus installiert werden genau und so wird dann genau so wird dann aus dem krankenhaus das lazarett und die zeit wird auch völlig irgendwie also das ja das ist schon ganz erstaunlich was da für verquickungen entstehen richtig ja es ist halt ähm aber gut es ist halt ein ich sag mal das beste beispiel was man gerade hervorbringen können ja wie es auch vor allem dann in unseren in unseren kontext hineinpasst ja in unsere thematik ja weil einfach ähm ich meine wie viele ghost hunter sind da schon bitte durchgegangen und haben nach einer adele b gesucht ja unzählig und bis heute wird in irgendwelchen fernsehberichten wenn die in der waldlust unterwegs sind immer noch adele b thematisiert ja und man kann auch zehnmal sagen dass es diese adele b nicht gibt es interessiert einfach niemanden sie berichten trotzdem über adele b also das ist schon ignoranz eigentlich es gibt übrigens neben der waldlust tatsächlich noch ein ganz gutes beispiel aus aktuellem anlass ähm das schloss bran in rumänien liegt in transsilvanien ist eine nett anzusehende burg die zwar schon auch eine eigene historische ähm geschichte hat selbstverständlich die aber heute als draculaburg vermarktet wird jetzt hat diese burg den kleinen schönheitsfehler das dracula ähm also das historische vorbild zumindest nämlich der vlad draculea oder auch vlad sepes genannt also vlad der fehler ähm der war einfach nie dort das hat aber den damaligen diktator den schoescu nicht davon abgehalten zu entscheiden dass er eben doch dort war und so wurde dann aus einer burg die nachweislich nie in irgendeiner weise von diesem vlad sepesch ähm das vorbild von dracula besucht wurde die dracula burg und ist es bis heute und bis heute wird in diesen führungen behauptet dass vlad sepesch auf dieser burg ähm ich glaube eine geschichte ist dass er dort inhaftiert war das stimmt schon einfach der burgname nicht der war zwar mal auf einer burg inhaftiert die ist aber ganz woanders ähm er hat auch nie über tran über transsilvanien geherrscht sondern ähm war halt eben in der walachei der fürst der walachei ja und äh also es ist auch so völlig abwegig einfach dass da eine historische figur genommen wird die wird völlig aus dem kontext gerissen und nur weil eben ein ähm ein staatspräsident entscheidet dass jetzt der tourismus hier mal ein bisschen angekurbelt werden dürfte wird also entschieden diese historische figur jetzt auf eine burg zu setzen die genau nichts mit dieser historischen figur zu tun hat und das beängstigende auch an dieser story ist eben es funktioniert bin mir gerade nicht sicher ähm ich glaube von dem roman von bram stalker der hat es aber auch in die richtung gepackt weswegen dann letztlich ähm natürlich auch der flood äh sozusagen dorthin projiziert wurde für den tourismus das ist glaube ich so diese verkettung von ja also der der bram stalker war nie in in transsilvanien nie er kam nicht mehr in die nähe es geht jetzt nur um den roman sondern der hat halt eine burg beschrieben die auf eine bestimmte weise beschreiben beschrieben wurde und bis heute behaupten ähm halt eben behauptet das marketingbüro von schloss bran dass diese beschreibung auf schloss bran zutrifft und das ist aber auch nicht richtig nur macht sich halt einfach niemand die mühe und liest das mal nochmal nach weißt du ne ich meinte jetzt auch gar nicht dass ähm der bram stalker selbst jetzt ähm dort war und gesagt hat hier das ist jetzt meine burg mein schloss ähm sondern einfach diese diese geografische lage dass es in diese region gepackt hat ja und ähm dadurch natürlich in der region wurde gesucht okay wo könnte man jetzt hier ähm genau genau das ausmachen und das war halt sozusagen das ähnlichste was man wahrscheinlich gefunden hat ja so ist es ganz genau und so wurde dann halt eben aus einer ja eher unbeteiligten burg was historische ähm katastrophen anging plötzlich ähm die burg des pfählers und ist es bis heute wie gesagt ne also die nehmen richtig viel kohle ja ja definitiv also das ist natürlich klar die leute reisen da hinten um das zu sehen genau und ähm das ist ähnlich wie Stonehenge also zahlst du auch mal 20 Pfund Eintritt ne mhm ja genau also das ist auch so ein Ort einfach der historisch überhaupt nichts mit einer Figur zu tun hatte und dann trotzdem jetzt heute ähm mit dieser Figur unauslöschlich in ähm Zusammenhang gebracht wird einfach wegen einem gut funktionierenden Marketing System richtig was aber auch noch so ähm gerade in unserem Bereich mit reinspielt über Volksverirrung und so weiter ist zum Beispiel Burgen und ähm Folterkammern weil die meisten Folterkammern waren nicht in Burgen untergebracht also ähm ja das ist definitiv schon mal ähm etwas was historisch nicht äh belegbar ist großartig es mag hier und da vielleicht nirgendwo eine Ausnahme gegeben haben aber es war nicht die Regel nee es hat auch nicht jede Burg einen Verlies richtig genau äh bestes Beispiel zum Beispiel wenn du dich äh an die Kugelsburg erinnern kannst na klar dieses Kellergewölbe unten oder auf der Burg da gibt es unterhalb der Küche ein Kellergewölbe wird ähm auch im Internet habe ich das schon gesehen wird Hexen äh Hexen Keller genannt genau Hexen Keller mhm und ähm würde jetzt und da gibt es natürlich auch hier und da dann die Erzählung ja ne dass da natürlich dann die Hexen inhaftiert waren und so weiter wo ich mir sage ja das ist definitiv der richtige Platz unterhalb einer Küche äh wo man Hexen unterbringt weil ähm man braucht keinen Lagerraum nein ja das ist also sowieso ein sehr beliebter ähm Terminus dieser Hexenkeller ne es gibt immer einen Hexenturm einen Hexenkeller richtig genau ja nur in historischem Zusammenhang den gibt es halt bedauerlicherweise nicht immer genau und da ist es halt natürlich immer gerade wenn wenn ich jetzt äh an ähm andere Teams denke mhm ähm man muss sich halt natürlich immer im Klaren sein wo man denn eigentlich ist oder man geht komplett blind rein mhm aber es ist natürlich total äh fatal sozusagen seine Informationen irgendwo aus unseriösen Quellen zusammenzusammeln und damit dann in ein Objekt hineinzugehen ja weil letztlich ähm ja kann was Gutes bei rauskommen ich glaube nicht äh man streut eigentlich nur das Falschwissen mhm am Ende setzt man sich dann noch ein Portal hin was dauerhaft irgendwas ausspuckt was man interpretieren kann wie man möchte ja und demzufolge kriegt man dann seine Bestätigung die man hören möchte genau und da ist natürlich dann ja also da gibt es ja auch es gibt doch dieses ähm wie heißt denn das das Mörderhotel das ist irgendwo oder die Mördermühle keine Ahnung ja ja doch ich weiß was du meinst weißt du welches Objekt ich meine oder das auch von einer deutschen Ghost Hunter Gruppe oder einer Gruppe die sich als Ghost Hunter betitelt ähm eben dargestellt wurde als ich weiß nicht was für ein entsetzlicher Ort ähm die Teufelsmühle oder sowas ja doch irgendwie so so eine Teufelsmühle glaube ich ja also ich weiß es gar nicht ganz genau aber was ich weiß ist dass dieses arme Gebäude einfach nichts dafür kann ähm und die einzige Schuld äh des Gebäudes ist die dass es nun mal ein Lost Place ist und sich nicht wehren kann ja also das tritt leider so so oft ein ich weiß dass dieselbe Gruppe übrigens war tatsächlich in Michelstadt unterwegs in einem Heimatort von der Anneliese Michel und ähm hat dort auch ein Lost Place aufgetan und das dann als das Haus von Anneliese Michel verkauft also und war es natürlich nicht nein definitiv nicht und das sind ja das sind halt sozusagen diese diese Falschbaussagen die dann natürlich durch schlechte Recherche am Ende ähm weiterverbreitet werden so ist es und ähm ja der der ahnungslose Zuschauer sag ich mal glaubt ist das dann im schlimmsten Fall noch und ähm ja ja ist die Desinformation perfekt ja und es ist halt auch so einfach einen Spukort zu kreieren ja also du brauchst ja nicht viel dazu du brauchst halt nur irgendeinen Ort im besten Fall ist der noch so ein bisschen unheimlich oder es steht eine Ruine drauf und dann brauchst du noch eine Geschichte und wenn es die halt noch nicht gibt kein Problem dann denkst du dir halt einer aus Suizid geht immer definitiv ja also da gibt es halt eben wirklich unfassbar viele Möglichkeiten ähm sich Geschichten auszudenken und sobald einer mal damit angefangen hat ähm tritt dieser Effekt der der wie heißt denn das ungarischen Post ein ähm Post ja genau und ähm jeder verbreitet es irgendwie weiter und es kommen da neue Komponenten dazu weil dann haben plötzlich irgendwelche Leute da natürlich auch noch was erlebt ungeachtet dessen dass sie vielleicht nichts erlebt haben ähm also das ist einfach so eine wenn da mal was ins Rollen kommt dann ist das so eine Verselbstständigung die da eintritt äh dass halt eben dann irgendwann sich diese Urban Legend einfach festigt und dann auch nicht mehr wieder weg geht also das ist extrem schwierig dann irgendwie zu sagen ja das stimmt nicht weil das Problem ist ja auch so ein bisschen man kann halt nicht belegen dass da man kann halt ja schon ein Stück weit belegen dass da die Sachen die behauptet werden einfach nie passiert sind ähm aber gegen so Argumente wie ja das stand halt nie in der Zeitung ist man natürlich machtlos ne ja definitiv ja das sind auch immer die Argumente die dann gerne irgendwo ähm hervorgebracht werden ne für fehlende Quellen so ja das wurde nicht veröffentlicht oder das muss geheim gehalten werden aus diesen und jenen Gründen und das sind halt immer so die Argumente um sich richtig schön vor irgendwelchen Beweisen zu drücken wo man einfach dann sagen kann okay ähm ich kann hier eigentlich schalten und walten wie ich möchte ich kann mir meine eigene Geschichte zusammen boostern und gerade wenn man überlegt ähm wie viele zum Beispiel jetzt auf YouTube oder auf anderen Plattformen ähm nach Abonnenten und nach Zuschauern haschen ähm ist natürlich so umso spektakulärer umso besser ja natürlich ich meine klar dass du jetzt zum Beispiel bei einem Objekt wie Weitlust wo du eine vorgefertigte Geschichte äh serviert bekommst ähm dass man da jetzt natürlich nicht mehr allzu viel hinzudichten kann ne also ich meine du kannst da jetzt nicht noch drei Morde weitererfinden ähm weil dann würden schon Leute fragen hey wo hast du das jetzt eigentlich her und ähm stimmt wobei das Kuriose Chris ich muss es ganz kurz ich muss es ganz kurz einbringen ist dass ja in der Weitlust ähm dafür das hat mal zumindest das IGPP mit ähm aufgenommen in den Bericht ist angeblich ein Soldat ein Französischer erschossen worden im Bett ja genau aber diese Story hat es irgendwie nicht geschafft sondern wo die der Hotelschiff ja da war schon verwundet und ähm das zählt nicht da hat es schon lahm Flügel gehabt ja ähm muss so sein muss so sein genau aber ähm gut wir müssen bei Weitlust muss ich einfach nochmal anbringen wie weit es diese Fehlinformation gebracht hat weil da muss man wirklich sagen das ist echt bemerkenswert ja das ist das bis nach Wikipedia geschafft hat ja das ist richtig und das ist halt wirklich etwas wo weil ich bin halt wirklich ähm ich glaube du ja garantiert auch Sonja also was Waldlust angeht das ist halt für mich ähm irgendwo so eine Herzensangelegenheit da irgendwo die Richtigstellung auch einfach mit voranzutreiben absolut ähm auf meinem YouTube-Kanal PE Chris habe ich da diesbezüglich auch äh schon gerade mit dir Sonja ein Video gemacht ne die volle Wahrheit über Waldlust und ähm da muss man halt einfach sagen ja du verbreitest also du verbreitest die Wahrheit und dann stehen die Leute natürlich verwundert da und sagen ähm aber im Wikipedia steht doch genau das Gegenteil und du sagst ja in dem Fall lügt Wikipedia das kann ja auch wirklich jeder Wikipedia bearbeiten natürlich ja also wer auch immer da diesen diesen Eintrag verfasst hat ähm hat offensichtlich nicht ernsthaft mit der Geschichte der Waldlust sich auseinandergesetzt oder bewusst diese Lüge da reingeschrieben ja bei Wikipedia ist halt auch einfach dieses dieses Verfahren relativ einfach ne du musst ja da auch schon deine Quellen benennen aber ganz ehrlich wenn du da die Online Quellen jetzt wie Travelbook und so weiter halt angibst dann wird das natürlich dann dementsprechend akzeptiert genau ich weiß jetzt gar nicht wie es wäre wenn man jetzt da ein Buch angeben würde ich weiß gar nicht ob die das Buch lesen würden ja das ist eine gute Frage ich weiß es nicht aber es macht mir gerade große Lust diesen Wikipedia Eintrag mal zu bearbeiten ja wäre wirklich mal sinnvoll ja ja aber so schnell kann es einfach gehen ne also das sind dann halt eben die Quellen die ja heute als die wirklich wahren Quellen bezeichnet werden obwohl also nochmal Wikipedia nicht zwangsläufig die wirklich wahre Quelle ist sondern das Beste ist eigentlich wirklich schon wenn man sich ein bisschen Mühe macht und auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und ein bisschen umfänglicher recherchiert was es mit dem Ort den man besucht so auf sich hat ja einfach schon schon wichtig zumindest wenn man das halt eben einfach historisch abgedeckt haben möchte es gibt ja auch tatsächlich die Variante dass man halt hingeht und man möchte nichts über die Geschichte wissen das ist fast genauso schwierig wie sich über die Geschichte zu informieren weil man ja doch früher oder später oft über irgendwelche Schilder stolpert oder halt eben dann doch über irgendwelche mundläufig übertragenen Sagen genau und von daher ja aber welche Variante auch immer man bevorzugt ich glaube dass halt eben das Thema Wahrheit ganz oben stehen sollte definitiv ja also bei Unbefangen zu irgendwelchen Location gehen das ist natürlich eine super Sache aber auch eine extrem schwierige Sache weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel aus meinem Standpunkt ich Solo-Ermittler gehe jetzt irgendwo hin ohne den genauen Hintergrund dieser Location zu kennen gut es ist zum Beispiel eine Burg aber ich weiß jetzt nicht wurde die Burg zerstört wurde sie angegriffen oder was auch immer und demzufolge gehe ich da hin kann so ein Repertoire an Fragen bieten aber ich kann nicht nach speziellen Personen fragen ich kann nicht nach bestimmten Ereignissen fragen ich habe halt wirklich mich erstmal selbst komplett eingeschränkt einerseits natürlich für die Analyse ich muss natürlich dieses Unwissenheit bis nach der Analyse aufrechterhalten weil sonst würde ich ja logischerweise die Analyse verfälschen dann wäre eigentlich die ganze Nummer komplett sinnlos weil wozu soll ich unbefangen reingehen wenn ich am Ende mich dann doch belese und meine Meinung bilde und dann erst in der Analyse die EVPs und so entsprechend deuten kann also da ist es halt wirklich spannend wenn man wirklich komplett frei reingeht aber das würde ich dann eigentlich eher so team technisch gesehen empfehlen wo halt wirklich so ein paar Personen nicht wissen worum es geht ein paar Personen wissen worum es geht die bleiben strikt voneinander getrennt unterhalten sich logischerweise auch nicht darüber auf der Heimfahrt oder so und wird schon schwierig genau und bei der Analyse dann selbst logischerweise die Ergebnisse die die blinden Personen sozusagen die hören das dann auch blind ab sprich ohne Hintergrundinformation aber das ist natürlich also in der Realität nicht umsetzbar einfach weil man redet ja dann doch miteinander und ja also ich glaube halt in den allermeisten Fällen ist es ja schon so dass ja auch die Orte eigentlich danach ausgewählt werden ob da vielleicht mal irgendwas interessantes passiert sein könnte richtig genau ja das kommt da auch mit hinzu und wenn man jetzt nicht jemanden abgestellt hat der sich sozusagen die locations dann raussucht für das Team dann ja wird es generell schwierig ich meine wir haben ja generell auch die Thematik ihr wart mit der GET in einer Location ich möchte sie als Referenz untersuchen das heißt ich habe weder euer Video dazu gesehen noch jedes Mal wenn das Thema irgendwie kommt dann mache ich lalalala ich will es nicht wissen so ein paar Sachen hat man schon aufgeschnappt klar aber was mir natürlich wichtig ist an welchen Punkten der Location ist das passiert und das möchte ich jetzt sozusagen vor Ort selbst herausfinden und gucken ob es dann Überschneidungen gibt sollte es zu diesem Phänomen kommen das weiß ich ja noch nicht ja das finde ich auch die also eine unfassbar interessante Vorgehensweise und deshalb halt eben auch finde ich es so wichtig dass die gleiche Location durchaus auch von unterschiedlichen Teams untersucht wird einfach um festzustellen ob da irgendwelche Parallelen zum Beispiel sind und ich finde es halt auch natürlich dann wichtig dass man sich eben nicht vorher darüber informiert wo jetzt eine andere Gruppe irgendwelche Dinge explizit erlebt hat es gehört aber auch finde ich und bei dir habe ich keinen Zweifel dass es so ist aber ich finde es gehört dann auch schon viel ich weiß nicht muss man sich schon zusammenreißen also ich glaube dass einige dann doch vielleicht eher dann gucken und sich dann da vergewissern so ach guck mal da war das dann weiß ich jetzt mal bescheid und dann gehen sie halt da hin und sagen guck mal hier da war was also ich glaube dass es die Variante leider auch gibt ja das gibt garantiert auch aber ich da kommt es eigentlich auf die Hintergrundintention an warum mache ich das und bei mir ist es ja definitiv der Drang sozusagen zu schauen kann man also kann ich jetzt zum Beispiel durch meine Anwesenheit was von euch verifizieren oder nicht ich meine klar widerlegen kann ich sowieso nicht weil es kann jedes Mal anders sein aber wie sind die Eindrücke bei mir wie ist es wenn ich da alleine hingehe ich meine es kann generell eine ganz andere Stimmung sein ich bin ein ganz anderer Charakter zum Beispiel absolut gab es ja auch ich weiß noch genau Chris dass das erste Ghost-Hunting-Team das in der Waldlos war hat gesagt da ist nix mit aller Überzeugung das ja ich war genau diese diese eine Gruppe da ja ich weiß ja mit aller Überzeugung doch habe ich jetzt in den in allen in allen in allen sechs Untersuchungen haben wir das anders erlebt bei mir sind sie ja schon sieben stimmt ja ja das ist halt gut ich glaube allein bei der Anzahl merkt man schon warum uns weitlos so wichtig und ja das ist halt wirklich ein Graus wenn man halt wirklich dann einfach jedes mal wieder über die gleiche beinahe hätte ich es gesagt im Internet stolpert ja ist so tatsächlich ja aber gut man darf halt nie müde werden das dann richtig zu stellen das ist halt naja es ist halt ein Kampf gegen Windmühlen muss man einfach so sagen ist es zumindest so lange bis sich dann mal ein Geist namens Adele B meldet und dann alles über den Haufen wirft nee dann können wir wieder diskutieren ob es eine Manifestierung durch Gedankenkraft und Glaubensverstellung ist wie zum Beispiel dieser erfundene Geist Philipp genau richtig da gibt es ja dieses Experiment in dem ein Geist erfunden wurde von einer Gruppe Probanden genau und das wäre natürlich dann theoretisch gesehen in dem Fall auch möglich denkbar absolut denkbar also ja ja genau wie in Schloss Brand vielleicht doch irgend so ein verkappter Dracula Hock wir sollten in der Kirche demnächst nach Gott suchen ja wäre doch mal was oder Gottes EVP ich glaube da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Thematik aber ja also wenn man es überspitzt formulieren möchte dann genau ja ja auf jeden Fall ja theoretisch gesehen ganz ehrlich es wäre wirklich mal eine spannende Forschungsreise ja machen wir eine Kirche klar ja aber was Historie konnte also um das Ganze mal ein bisschen auszuschweifen wir waren ja bisher nur in dem paranormalen Ghost-Handing-Bereich dann gibt es natürlich noch weitere Sachen wie zum Beispiel ja ich sag mal die Mythenjäger oder die Leute die halt alle möglichen historischen Fakten und sowas für sich interpretieren da habe ich nämlich jetzt vor kurzem erst einen Artikel gesehen da ging es um die Pyramiden und da war es dann wieder ganz spannend da ging es halt um Eisenverstrebung innerhalb der Pyramiden wegen Leitfähigkeit von Energiefeldern und so weiter okay und ich fand einfach nur geil wie eine Quelle aus dem Zusammenhang gerissen wird und um tausend Jahre das ist wirklich eine Aufzeichnung die tausend Jahre nach dem eigentlichen Ereignis angefertigt wurde da geht es nämlich darum um einen Mann der im Ende des beziehungsweise in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat hat eine Zeichnung angefertigt von einem von einem Grabraub in der Pyramide was 800 noch was stattgefunden hat okay und da wurde sich tatsächlich drauf berufen dass dann in der Zeichnung zu sehen ist dass die Eisenstangen haben und dann stehen dann Eisenstangen da und sozusagen da in der Abbildung ist es ja mit zu sehen also ist es Fakt dass es so gewesen ist wo ich mal sage da liegen tausend Jahre dazwischen tausend Jahre ich meine wenn wir jetzt in die antiken Aufzeichnungen gehen wenn irgendeine Aufzeichnung von einem Chronisten 50 Jahre später nach einem Ereignis dass irgendwann was ist 30 nach Christus wurde das Ereignis und 80 nach wurde es aufgeschrieben dann wird schon dran gezweifelt ja und das sind tausend Jahre das ist wie als ob wir jetzt ein Bild zeichnen würden von der Erstürmung beziehungsweise von der Eroberung Englands durch Wilhelm der Meroberer und das dann als historischer Fakt hingestellt wird ja so ist es genau und das das sind halt wirklich ich sag mal Sachen wo ich einfach sagen muss das geht nicht mit dem was ich kenne zu vereinbaren weil es einfach so eine Verdrehung von historischen Fakten von Tatsachen ist kann ich nicht mit konform gehen also tut mir leid nee es erschließt sich ja auch irgendwie gar nicht wie etwas also gerade in der Archäologie und in der Historie wird ja eigentlich so Wert gelegt auf Genauigkeit und also es erschließt sich mir gar nicht wie so ein Blödsinn überhaupt vertretbar dargestellt werden kann also aber es gibt ja auch also ich habe das mal irgendwo gelesen ich weiß auch wirklich nicht mehr wo da geht es auch um die Pyramiden und um irgendwelche Hieroglyphen dass eine Zeitung hat dann irgendwie behauptet da wäre ein Handy auf einer dieser Hieroglyphen abgebildet ja also da gibt es ja schon so ein paar sehr merkwürdige Auswüchse so insgesamt ja gut letztlich gesehen mit den Hieroglyphen dadurch dass wir die beziehungsweise die Leute die das dann interpretieren wollen die gucken natürlich mit dem heutigen Wissen drauf nicht mit dem was ist archäologisch gesehen schon erschlossen was gab es damals und so weiter da werden halt die kompletten Gegenstände und sowas diese haben umgedeutet in etwas was wir in unserer Moderne kennen wie das Handy ist das beste Beispiel aber das sind dann auch so Sachen wie Antennen dabei da sind Sachen dabei wie Glühbirnen und sonst was was halt wirklich jeder archäologischen Grundlage widerspricht auch diese Batterie zum Beispiel die gefunden wurde wird auch dass damit LEDs betrieben werden wurde gesagt ganz ehrlich wer kommt da drauf wer kommt da drauf dass sie damals LEDs hatten und was ist dann passiert ja was ist dann also vor allem die logischste wieder rückwärts genau die logischste Verwendung für die Batterie ist Licht ich sage wozu die hatten genügend Licht quälen warum soll ich jetzt da extra noch ne für mich ist die logische Verwendung so einer Batterie zum Beispiel ein ein Verfahren für Vergeudung oder sonst irgendwas ne irgend so so ein Prozess aber doch nicht Licht für Licht gab es gab es sonst wie viele Möglichkeiten ja ne und ja also das das ist halt wirklich vor allem ja das gerade wenn es jetzt um diese Fakten Deutung auch gerade archäologisch gesehen ne zum Beispiel an dem einen Tempel wurde Ruß an der Decke gefunden an dem anderen nicht okay also es ist der Beweis da gab es irgendwo elektrisches Licht was weil auch nur elektrisches Licht sozusagen verhindert dass da oben Ruß ist und da müsste aber auch schon wirklich sehr großzügig in der Interpretation sein um das auch nur ansatzweise ich sage immer das ist immer so dieses dieses Angeln nach dem Strohhalm ja ja also das ist mir das ist mir zu zu Van Däniken es ja es ist ja da wird einfach alles alles genommen weißt du was du finden kannst zum Beispiel ja Granitplatte unter der unter der Pyramide hat nichts mit Stabilität oder sowas zu tun nein das ist eine Isolation ja also es wird halt einfach irgendwas gegriffen und herausgenommen und wenn mal ein Fakt fehlt dann wird halt angenommen dass der da war damit natürlich das Gesamtbild irgendwo passt genau ja ja aber so einfach ist das einfach wirklich historische Fakten ähm zu manipulieren ne also das ist schon Wahnsinn ja vor allem ist es halt ist es halt dann auch wirklich immer wenn es dann um Quellenlage geht ne woher hat man das Wissen ne wenn man jetzt zum Beispiel im Internet irgendwo einen Artikel schreibt das war so und so das war so und so mhm teilweise wird hier und da mal vielleicht eine Quelle genannt aber für die meisten Sachen werden keine Quellen genannt ne woher habe ich das ja ja und deswegen ist es halt wirklich auch extrem schwierig gerade was jetzt online Internet angeht und so weiter wirklich auch ähm fundiertes Wissen zu bekommen ja und seriöse Quellen von unseriösen zu unterscheiden richtig genau ja das ist ganz schwierig das ist tatsächlich so also ich meine das ist eine Seite die heißt ich bin dergeilste.com jetzt vielleicht nicht zwangsläufig fundiertes Wissen über mittelalterliche Archäologie übermittelt könnte man sich anhand der URL vielleicht noch denken mhm dass dann die Seite mittelalterliche minus archäologie.com die bessere Wahl ist aber also oftmals gibt es da ja einfach tatsächlich kaum eine Möglichkeit zu unterscheiden ob das jetzt seriös ist oder ja ganz großer Blödsinn ja ja also das ist immer ganz ganz schwierig ähm ja also das ist ist glaube ich wenn man sich mit historischen Gebäuden wie Burgen oder so auseinandersetzt ich glaube da gibt es inzwischen mal zumindest was so Fakten angeht ganz gute ähm Anlauf Quellen im Internet zum Beispiel Burgenwelt mhm ähm da kann man sich sehr gut über über die unterschiedlichen Geschichten von Burgen informieren und da werden auch nur die historischen Facts ähm wirklich dargestellt ja aber dann hört es auch äh fast schon wieder auf ne ich glaube es gibt noch alle Burgen ist auch ganz gut es gibt übrigens natürlich die Deutsche Burgen Vereinigung mhm das EBI das Europäische Burgeninstitut das ist eine Datenbank ähm wo eben auch alle Burgen und Ruinen in Deutschland erfasst werden da kann man sich auch gut kundig machen aber wenn es dann halt in die tiefere Recherche geht und wenn man sich die Sagen angucken möchte und wenn man halt äh vielleicht ein paar Hintergründe möchte die ähm nicht auf Burgenwelt oder so zu finden sind dann muss man in die Lokalforschung ne richtig dann musst du halt in den Ort dann musst du beim Ort gucken ob da Infos zur Burg stehen das ist einfach aufwendig wenn du richtig Recherche betreiben möchtest dann ist das aufwendig richtig und ich denke gerade auch diese dieser Aufwand von der Recherche und wenn man dann zum Beispiel mal überlegt wie schnelllebig sind wir in Projekten heutzutage ne sei es jetzt ähm zum Beispiel ein Mythenkanal der Mythen online stellt oder wir als Ghost Thunder wenn wir jetzt irgendwo eine Location haben wir haben ja jetzt nicht ein Jahr Zeit uns auf jede Location vorzubereiten alle möglichen Hintergrundinformationen und sonst was einzuholen ähm Leute vor Ort zu befragen und am besten noch ins Heimatmuseum gehen ja ähm es gibt einfach diesen diesen äh Zeitmangel bei uns der einfach ähm einerseits ja gut man könnte also bei vielen natürlich auch ähm den den Veröffentlichungsdruck geschuldet ist ne also wenn man zum Beispiel sagt hier ich möchte jetzt jeden Monat ein Video rausbringen und so weiter klar dann ist natürlich die Zeit nicht da vor allem wenn ich jetzt von anderen Kanälen ausgehe ich meine ich will jetzt nicht komplett gegen diese ganzen müden Kanäle da gibt es gute Beiträge bei ähm aber wenn zum Beispiel da jetzt jede Woche ein Video kommt ne wie viel Zeit bleibt für jede Recherche ne und beziehungsweise wie tief kannst du eine Recherche betreiben weil vor allem du hast halt oft gerade wenn es weltweit ist ne du hast halt nicht nicht die Möglichkeiten vor Ort immer nachzugucken ne ich meine du kannst ja nicht die ganze Zeit umherreisen natürlich nicht du bist auf Onlinequellen angewiesen mhm und da ist halt immer das Problem gerade online ähm da kann viel verfälscht werden und da wird auch viel verfälscht ja und demzufolge ähm das ist einfach so schon allein wenn halt Sachen einfach wirklich auch unabsichtlich vertauscht werden ja oder also ich hab schon erlebt dass eine Burg da irgendwie online präsentiert wurde als eine andere Burg also das ist passiert einfach weil Menschen Fehler machen und ähm jeder Computer nur so gut ist wie der der ihn bedient ähm und echte Recherche beinhaltet halt eben nicht nur Wikipedia und meinetwegen noch zwei, drei andere Online-Zeit sondern echte Recherche findet in Archiven statt mhm mit echten Büchern und ähm eben auch mit Zeugen natürlich gerne Heimatmuseen sind ein super Anlaufpunkt wenn ich wirklich was über die Geschichte wissen will dann muss ich mich an Heimatforscher wenden ja also das ist super aufwendig genau ja das ist halt immer ich meine ein gutes Beispiel habe ich auch was jetzt zum Beispiel Verwechslung angeht wo du es jetzt einmal sagst mit Burgen ja weil viele Burgen haben natürlich auch die gleichen Namen zum Beispiel mhm gesehen und dachte ey cool die ist ja gleich bei mir um die Ecke weil ich halt hier bei mir eine Schauenburg habe natürlich ist die Schauenburg die jetzt eher bei dir unten in der Gegend ist gemeint gewesen aber hab ich dann auch natürlich erst sozusagen im Nach also nicht im Nachgang weil ich hab dort keine Untersuchung gemacht oder so ähm aber hab ich dann auch erst ähm später dann sozusagen herausgefunden ach das ist ja gar nicht die ja und das ist noch ein eher seltener Name es gibt ja so Namen äh so wie Falkenstein oder Lichtenfeld ja also so wie Müller und Meier ist halt bei den Burgruinen also ich würde sagen Falkenstein ist definitiv der Müller unter dem ja genau und da kann man sich natürlich einfach mal schnell vertun ne richtig wenn man da noch geografisch vielleicht auch nicht ganz so aufgepasst hat oder so ja geht das mal fix ja zum Beispiel ähm die die Lanek zum Beispiel mhm na da gibt es ja glaube ich drei ja und ja also ich denke mal als erstes an die am Mittelrhein ja ja das ist mir aufgefallen als ich ähm äh als wir uns dort treffen wollten und ich bei Google Maps dann die die äh Burg eingegeben habe und mir drei Stück angezeigt wurden ah ja ne du meinst Landek oder Landek Landek ach da hab ich sie verwechselt sorry ja Lanek ja ja ach ja die am Mittelrhein Landek tatsächlich also Landek gibt es halt in der Pfalz gibt es aber auch hier bei uns ähm äh in der Ortenau und im Schwarzwald ähm gibt es aber auch in Bayern also Landek ist schon auch das ist dann vielleicht nicht Müller aber Meier ne also die ist schon ein heißer Konkurrent also definitiv ja ja das ist halt ähm das ist natürlich die nächste Schwierigkeit ne ich meine ähm die Quellen auch richtig äh zuzuordnen ne das ist halt ähm ganz ganz wichtig auch mit ja gerade wenn man ja wirklich halt irgendwo auch äh seriösen Beitrag irgendwo bringen möchte mhm und da passieren auch immer mal wieder tatsächlich Korrekturen ne das dann halt erst viel viel später festgestellt wird dass sich die jeweilige Quelle eben gar nicht auf diesen einen Ort bezog sondern auf einen anderen mhm genau also das passiert tatsächlich relativ häufig weil damals ja unter Umständen als die Quelle entstand auch äh nicht unbedingt die Lokalisation in allen Details beschrieben wurde weil halt der Chronist davon ausging dass man schon weiß bevor man redet richtig genau ja das wurde immer vor Ort angefertigt genau und demzufolge ne ähm da guckt sich die Burge an und sagt ja ist doch klar das um die geht ne aber dass dann irgendwann dieses Dokument ähm weltweit zu sehen sein wird von jeden zur gleichen Zeit das wird er sich wahrscheinlich nicht nicht ansatzweise gedacht haben genau deshalb kann es heute tatsächlich auch vorkommen dass eine Burg die einen bestimmten Namen trägt den falschen Namen trägt ja richtig das gibt es tatsächlich der wurde dann irgendwann später mal korrigiert aber das Internet vergisst halt nix was da einmal drin ist ist da drin und dann passieren halt einfach Verwechslung und Fehler das ist halt so genau richtig das ist halt leider wahr und gut was natürlich auch so eine so ein großes Potenzial an Fehldeutungen oder Fehlinterpretationen oder bis beabsichtigter Umdeutung ist sind Lücken in der historischen Aufzeichnung ja irgendwo wenn irgendwas nicht bekannt ist und da sind wir wieder bei dem Thema Teufelsmühle sozusagen du hast zum Beispiel ein Gebäude du kannst nichts zu diesem Gebäude sagen es gibt auch nichts großartig zu dem Gebäude zu sagen vielleicht dann machst du einfach etwas draus so ist es ja und das geht natürlich dann auch blitzschnell und das kann ja keiner nachweisen dass es nicht stimmt genau außer halt dass es einfach keine Aufzeichnung gibt genau da fällt mir noch sowas ein wie das Geisterhaus oder sowas von diversen Gruppen ja publiziert und ja wirklich einfach nur ein normales Familienhaus was leerstehend ist genau natürlich auch von diverse Sachen auch gerade was natürlich die Untersuchung angeht gerade wenn man so unseriöse Sachen mit hineinbringt wie zum Beispiel Spiritbox und oder was ist unseriös also interpretationswürdig fragwürdig so rum wo man sozusagen mehr das hören kann wo also die Komponente Mensch einfach ein Teil davon ist und dementsprechend halt wirklich auch eine sehr gute Fehldeutung möglich ist das ist aber auch diskussionswürdig finde ich allerdings jetzt würde es natürlich hier viel zu weit gehen ja weil einfach das Medium Mensch meines Erachtens nach in Spukuntersuchungen essentiell ist aber das müssen wir ein anderes Mal besprechen das wäre glaube ich nochmal ein neues Thema weil das wäre jetzt wirklich da können wir gleich die nächste Stunde dran hängen genau ist so ja genau nee stimmt ja aber gut das ist halt immer ja ist halt wirklich ein Thema was halt mich mir wirklich auch auf der Seele gebrannt hat muss ich ehrlich sagen weil ich halt einfach auch wirklich gemerkt habe einerseits auch über mein Geschichtswissen was ich habe allein wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke wie viel Mist mir da eigentlich damals erzählt wurde das ist einfach was halt wirklich so ich sag mal im Volksglauben drin ist was aber überhaupt nicht mit Quellen vereinbar ist also ja das ich meine bestes Beispiel Sonja eine Frage hatte die Frau im Mittelalter viele Rechte die Frau im Mittelalter muss ich mal eben alle Bücher irgendwie durchforsten die ich über das Mittelalter gelesen habe und hatte sie viele Rechte also kam das nicht auf den Stand der Frau an im Verhältnis sagen wir mal so grob im Verhältnis grob im Verhältnis würde ich tendenziell tendenziell Nein sagen und interessanterweise die Frau im Mittelalter wie gesagt wie du schon sagst von Ständen gibt es dann natürlich logischerweise Unterschiede aber es wird ja oft gesagt hier Frauen waren eh nichts wert und auch gerade was Kirche angeht und so dass die keinen guten Stand hätten die Frau im Mittelalter hatte im Vergleich zu anderen Epochen eigentlich fast schon die meisten Rechte abgesehen von der heutigen Zeit okay interessant und das geht halt so weit dass halt Frauen auch für Verwaltungen eingesetzt wurden zum Beispiel von Burgen oder so und das ist halt zum Beispiel etwas was im allgemeinen Wissen erstmal gar nicht so weit ankommt weil da auch wieder diese Vermischung ist mit der Neuzeit weil gerade was so ab der Renaissance passiert ist weil dann war wirklich die Frau wurde so abgestuft und deswegen ist halt es ist zum Beispiel nicht verwunderlich dass im Mittelalter eine Hildegard von Bingen so ein Ansehen hat und einfach weil ja wie gesagt die Frauen die wurden halt wirklich wesentlich mehr geachtet was das angeht waren wesentlich besser gestellt und wir aber haben eher den Blick auf die junge Neuzeit wo halt wirklich eine starke ein starker rechter Verfall sozusagen stattgefunden hat wie es ja auch mit der Feuterung ist wie es mit Hexenverbrennung ist und so weiter alles was man so schön ins Mittealter meistens reinschiebt kam ja eigentlich erst in viel viel jüngerer Zeit und das ist halt etwas was halt wirklich sehr oft einfach nur falsch dargestellt wird wo ich halt wirklich auch jeden verstehen kann wenn er sozusagen dieses falsche Wissen im Kopf hat weil es wird einfach auch nichts getan dieses Wissen irgendwo zu korrigieren wo man wieder bei so Sendungen wie Terra X zum Beispiel ja sind wir wieder am Ausgangspunkt ja also wenn ich wenn ich da sehe wie die Menschen da durch die schlammigen Straßen von Frankfurt laufen wo noch nebenbei die Schweine durchgetrieben wurden und sonst was ja da springt mir alles aus dem Gesicht ja okay aber ich habe auch schon oft gelesen dass halt ja Fäkalien und ähnliches auf die Straße geschüttet worden sind wird oft behauptet wird oft behauptet aber was ist eigentlich Fäkalien was sind Fäkalien eigentlich für die mittelirdische Gesellschaft keine Ahnung Chris Rohstoffe Rohstoffe Dünger Urin war extrem wichtig für Gerbereien für Färbereien für alles mögliche boah ich sehe schon wir brauchen auch noch einen Podcast über das Mittelalter ach da gibt es schon genug da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern wie interessant krass aber deswegen also es hat im Mitte 100%ig abgesehen davon es gibt ja das ist das witzige es gibt sogar Abbildungen wo Leute zum Beispiel ihren Urin also vermeintlich ihren Urin auf die Straße werfen interessanterweise wenn es halt immer in Dokumentation und sowas zu diesem Punkt kommt wird nur das halbe Bild gezeigt okay das ganze Bild zeigt nämlich wie unten eine ja eine Spielmannstruppe sozusagen Musiker sind die wahrscheinlich zu später Stunde dort gespielt haben und sozusagen und deshalb ja so je aber zum Beispiel Urin der war einfach zu wertvoll als dass er einfach auf die Straße gekippt wurde das ist total faszinierend sehr schön da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten ja also es ist halt genau es passt halt wirklich in das ganze Konzept mit rein der Fehlinformationen die hier heutzutage halt wirklich auch mediell komplett betrieben wird ja wie gesagt also ich spreche hier nicht rein von privaten Formaten ich spreche hier aber wirklich von öffentlich-rechtlichen Formaten wo ja normalerweise eigentlich jeder Automatverbraucher denken würde hey das sind seriöse Quellen ja ja und das ist halt wirklich das wo ich einfach mir in den Haaren ja erstaunlich ja wo ich mir in den Haaren packe und sage okay ja in was für einer Welt lebst du eigentlich ne ja ein wahnsinnig interessantes Thema Chris vielen Dank mit vielen Überraschungen mit vielen Wendungen ja also finde ich bin auch froh dass es halt eigentlich auch zu dem geworden ist wie ich mir es vorgestellt habe ja also gerade ja im Punkt der historischen Kontext dann überlegt man erstmal okay warte mal wie passt das jetzt ins Paranormal aber letztlich ist es halt eine der Wurzeln sag ich mal genau es ist ja eigentlich also der historische Kontext spielt ja in jeder in jedem Aspekt beim Paranormalen eine wichtige Rolle eigentlich ne genau wir sollten einfach wissen wovon wir reden wäre wünschenswert ja genau ich sag immer es ist halt für mich persönlich immer ein wichtiger Anspruch dass der Zuschauer also das ist jetzt nicht abwertend gemeint dass der Zuschauer nicht schlauer ist als ich weil ich bin ja derjenige der zum Beispiel das jetzt darbietet der sagt hier das und das habe ich jetzt für euch sozusagen herausgesucht erforscht und was auch immer und wenn ich mich jetzt aber hinstelle und sage hier ich bin jetzt der Paranormalerforscher und biete euch jetzt das als Ergebnis zum Beispiel an das als Dokumentation wo ich ja auch immer einen geschichtlichen Aspekt mit reinbringe und dann kommt der Zuschauer und sagt was erzählt der für ein Quatsch ganz ehrlich so will ich nicht dastehen nee nee auf gar keinen Fall weil irgendwo muss ich ja schon eine gewisse Art von Expertise zumindest im Paranormalbereich haben klar aber auch das Hintergrundwissen irgendwo wenn es um eine Location geht und so unbedingt ja dann muss das ja schon irgendwo mitstimmig sein ja das stimmt da hast du völlig recht und ich danke dir sehr für diesen interessanten historischen Ausflug sehr gerne ja liebe Zuschauer ich hoffe euch hat das ebenfalls so gut gefallen wie die Sonja nächstes Mal ist ja die Sonja wieder mit einem spannenden Thema dran zumindest hoffe ich dass es ein spannendes Thema wird und vergesst nicht auch bei uns bei Instagram oder YouTube bei PE Chris mit vorbeizuschauen also auf YouTube heißen wir sozusagen nicht vom Kanal her wie dieser Podcast sondern das ist bei mir im Kanal PE Chris mit untergebracht aber da gibt es eine extra Playlist wo alles sozusagen am Stück zu sehen ist außerdem natürlich noch auf den sämtlichen Kanalen von Spotify und so weiter wo man Podcasts hören kann schaut auch gerne mal bei der GET mit vorbei da wo die Sonja im Team ist und ja da könnt ihr sozusagen interessante Untersuchungsdokumentationen sehen genauso natürlich auch wie bei mir auf dem Kanal ab und zu sind wir auch in derselben Location ne Sonja allerdings gut dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal bei Geistreich den Geisterjäger Talk bis dann und wir haben ist